Hallo zusammen! Heute ist bei uns das berühmte Gericht aus Kafkasus, aus Georgien, Hähnchen Tabaka oder Hähnchen Tabaka. Es gibt zwei Methoden. Eine Methode, klassische Methode, Hähnchen wird mit Salz und Pfeffer bestreut, dann zwei Stunden mariniert oder über Nacht mariniert, besser anbraten und dann mit Soße, mit Anjika Soße drüber gepinselt und dann gegessen. Oder einfach Stückchen von Hähnchen wird abgeschnitten und dann in diese Soße getaubt und gegessen. Das ist eine Methode. Zweite Methode, Hähnchen wird mariniert mit Anjika Soße und dann auch zwei oder besser wieder über Nacht marinieren lassen und dann wird angebraten. Dann haben Sie schon Geschmack von Adjika Soße im Hähnchen drin. Für Ihr leckeres Gericht aus Georgien, Hähnchen Tabaka benötigt wird erstmal junge Hähnchen. Bis ein Kilogramm, bis ein Kilogramm oder weniger sogar. Die sind einfach perfekt. Die sind einfach perfekt. Benötig wird auch berühmte Soße aus Georgien, Anjika Soße. Ich mache heute frische und schnell Anjika Soße. Alle benötigen und einer zerkleinerer. Im Georgien für dieses Gericht gibt es extra so eine dicke, schwere Pfanne wie dicke, schwere Deckel. Heißt Tabaka. Ich habe zu Hause, nicht? Aber ich habe zu Hause Deutschoffen Deckel. Von FT6 oder FT9. Pass 100%ig. Über schwere Deckel für dieses Gericht sprechen wir später. Und jetzt über Anjika Soße. Anjika Soße besteht meistens aus Tomaten, Paprika, Knoblauch und Piperoni. Manche machen richtig scharf. Ich mache das eigentlich ziemlich mild, weil zu Hause essen bei uns nie so gerne richtig scharfes Zeug. Wie ich das gemacht habe, Anjika, sehen Sie gleich. Berühmte und leckere Anjika Soße kann man natürlich kaufen, aber kann man auch selber kochen. Ganz einfach. Einfach spitze Paprika, dann kommt der Knoblauch rein, Zwiebel, Grünzeug, Petersilie, Dill, Koriander, in meinem Fall ist Basilikum, Zitronensaft, bisschen Alevinöl und diese Tomatensoße. Alles zu klein, dann mit Salz, Zucker, bisschen abschmecken und natürlich Chili rein. Ich benutze fast immer Chilipulver, weil mit Chilipulver kann man Schärfe einfach zu dasieren. Mit Chilischotten ist das so eine Sache. Du weißt das nie, wie scharf es Chilischotten ist. Dieser Anjika, was ich jetzt mache, das ist schnelle, frische Anjika. Er hält nicht lange, er hält nicht lange. Aber muss wird es in zwei Tagen auch gegessen. Wenn Sie möchten, damit eure Anjika Soße länger ausfällt, aufkochen, circa 10 Minuten kochen, dann kann diese Anjika Soße ziemlich lange auf euch warten. Ja genau, mit diesem Chilipulver kann man ganz einfach dosieren. Und vergessen Sie nicht, ein bisschen Alevinöl. Dann vermischen und haben Sie eine frische Anjika. So, mein Anjika ist fertig, frische Anjika. Der hat andere Farbe, normalerweise. Anjika hat rote Farbe. Aber wir machen heute frische Anjika mit viel Grünzeug, mit viel Petersilie, Basilikum. Kann man auch Koriander dazu nehmen, kann man auch Dill dazu nehmen. Das ist frische Anjika. Und jetzt erstmal probieren. Die Soße soll euch schmecken natürlich. Salz, Zucker-Gehalt, Schäfer-Gehalt auch. Boah! Brauchen wir gar nichts. Aber richtig frisch. Richtig frisch. Schmeckt richtig frisch. Nach Tomaten, nach Paprika, Knoblauch. Knoblauch. Richtig Knoblauch. Schäfer. Schäfer kann man vielleicht noch ein bisschen dazu nehmen, aber schmeckt richtig frisch. Lecker. Und jetzt wird Hähnchen mariniert. Aber wir machen erstmal Hähnchen platt. Wie Blattfisch. Als erstes natürlich Hähnchen wird angeschaut und bei Bedarf sauber gemacht. Ja, und auf Flügeln vergesst ihr nicht zu gucken. Ist es rasiert oder nicht? Ja, ist es rasiert. Weiter geht mit scharfes Messer und diese Spitze von Flügeln wird abgeschnitten. Können Sie natürlich auch lassen. Und der Hähnchenschwanz wird auch abgeschnitten. Jetzt ein tiefer Schnitt im Brustberei bis das Knochen und dann zack, zack, zack. Zweimal oder dreimal. Weiter bitte Kinder unter 16 Jahren nicht schauen, weil es wird Gewalt angewendet. Das heißt, im Rückgrat brechen, dann über flüssige Haut wird abgeschnitten. Und nochmal ein wenig Gewalt. Im Schenkelbereich wird gebrochen und im Brustbereich wird gebrochen. So, wir haben jetzt ein Blatt Hähnchen. Hähnchen umdrehen und ein kleiner Teelöffelchen. Und Hähnchen wird von restlichen Nereien befreit. Einfach sauber gemacht. Hähnchen wurde geschnitten und platt gemacht. Jetzt müssen wir Hähnchen grünlich waschen. Dann mit Tuch abtropfen und marinieren. Zwei Methoden. Hähnchen marinieren. Erste Methode. Einfache Methode. Salz, Pfeffer, Schwarz, Rot, beide Schafe. Und richtig drauf auf Hähnchen. Von beiden Seiten. Einfache Methode. Zweite Methode. Antziko-Soße rein. Circa 100ml Antziko-Soße. Selbstgemachte Antziko-Soße. Und Hähnchen wird es massiert und dann mariniert. Beide Methoden. Zwei Stunden marinieren. Besser über Nacht. Besser über Nacht. Ich fange erstmal mit klassischer Methode. Hähnchen wurde mariniert. Zwei Stunden mariniert. Mit ganz normalem Salz und Pfeffer. Nicht mehr. Für Hähnchenbraten brauchen wir ein bisschen Öl und Butterschmalz. Ein bisschen Öl heißt das circa 50-70ml. Und von Butterschmalz maximal 2 mal Esslöffel. Ein Stückchen von Hähnchenhaut. Und diese Pfanne wird kontrolliert. Ist das heiß genug oder nicht? Nein. Es ist noch nicht heiß genug. Aber jetzt Pfanne heiß genug. Hähnchen mit Haut nach unten. Mit Haut nach unten. Ich habe zu Hause kein schweres Deckel für dieses Gericht. Ich nehme einfach einen großen Teller. Pflasterstein. Dicke, schwere Pflasterstein. Im Lastenbeuter. Damit keiner Dreck durch die Pfanne kommt. Und einfach so koche ich meine Hähnchen Tabaka. Nach 5 Minuten. Ich mache einfach einen Check. Ich muss doch sehen. Wie ist das angebraten? Wie lange soll ich braten? Nach 5 Minuten sieht man nicht so gut aus. Dann lasse ich noch 10 Minuten unter schwerer Last Hähnchen braten. Und jetzt schauen wir. Wie sieht es aus? Ja, es sieht viel besser aus. Viel besser aus. Platt Hähnchen. Weiter wird interessant. Backpapier oben drauf auf diese Hähnchen. Dann dieser Teller. Warum? Weil dieser Teller war in Berührung mit Rohfleisch. Hygiene muss sein. Und vergessen Sie nicht Salmonellen. Weiter ist klar. Schweres Pflaster oben drauf auf dieser Teller. Aber vorsichtig. Nicht Teller kaputt machen. Und vierte Stunde warten wir. Nach 15 Minuten. Zweite Seite. Oh, die zweite Seite. So perfekt. Es ist soweit. Es ist soweit. Draußen kalt, aber Sonne scheint. Und ich habe hier nicht so perfektes Bild wie ich dachte. Und jetzt esse die Methode. Einfache Methode wird probiert. Pausen knusprig und innen drin weiß. Und jetzt Soße. Gebratene Hähnchen schmeckt für mich immer. Aber mit dieser Soße. Ganz anders. Ganz anders. Weil die Soße so frisch. Und diese Brust. Mit dieser Soße. Mega, mega, mega. Genug gegessen. Wir müssen jetzt zweite Hähnchen anbraten. Ja, zweite Hähnchen. Welche mariniert wurde mit der Jiko Soße? Auch. Erstmal mit Haut nach unten. Dann Teller und dicke Pflaster. Und 15 Minuten warten wir. Genauso wie die erste Methode. Umdrehen. Sieht sogar ein bisschen besser als die erste Methode. Aber ich würde sagen, Farbe kommt von der Jiko Soße. Nochmal 15 Minuten. Zweite Hähnchen läuft. Wer jemand möchtet, nachts zu kochen. Ein Tipp für euch. Draußen braten. Draußen braten. Nach insgesamt 30 Minuten. Zweite Methode. Hähnchen Tabaka ist auch soweit. Und so sieht es aus. Knusprich. Und da. Weich. Und jetzt probieren wir andere Methoden. Sebe man das mit Pflaster pieuten. Mit Pflaster pieuten. Kannst du auch mit Pflaster pieuten? Mit Pflaster pieuten. Schmeckt. Aber, würde ich sagen, mit Anzicke Soße, so zu essen, schmeckt besser. Ganz anderes. Und jetzt das zweite beste Stück für Bühnefleisch, Brust. Eben schauen, mir schmeckt das Brust. Ganz leichter. Aromengeschmack von Anzicke Soße, aber mit Anzicke Soße schmeckt besser. Jetzt Schlusswort. Welche Methode besser? Für mich. Erste Methode. Fleisch ist Fleisch, Soße ist Soße. Fleisch ganz normal marinieren. Etchenfleisch marinieren. Mit ganz normalen Sultaten Salz und Pfeffer. Mehr nicht. Und dann anbraten. Und separat Soße. Fertigen. Und dann mit Soße essen. Das ist mein Geschmack. Ihr solltet selber entscheiden, welche Methode für euch besser ist. Ich tippe für erste Methode. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis nächstes Mal. Eure Grinje geht. Bis nächstes Mal. Eure Grinje. Bis nächstes Mal. Eure Grinje. Vielen Dank.